Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Heute bei den Friends Show. Herzlich willkommen! Denkst du dir an was? Spaß ist hier! Und wir haben einen Gast hier in der Show, den John McEnroe, unseren Tennisbeauftragten, siebenmaliger Granz Lensieger. John, wie kommt es, dass du mit unserer Arbeit bist? Es macht schon Spaß! Ich fühle mich auch gut an. Schön, dass du hier bist. Lass uns doch mal über das Match des Tages reden. Stoza gegen Maria Scharab-Oval, zwei ehemalige Friends Jogging Champions. So, wenn? Also Stoza hat die Friends Jogging nicht gewonnen. Ja. Ja, sie wollte ja. Also Serena. Aber dann war das Turnier noch nicht vorbei. Weißt du, da war doch Finale. So, wie war das Match heute? Egal, wie habt ihr das Match heute gefunden? Magst du vielleicht zuerst? Scharab-Oval hatte Probleme mit der Käthe, aber sie hat es nicht durchgekämpft. Ja, Stoza hat ja das Spiel, das vielen zu schaffen war. Aber Scharab-Oval spielt ja gut auch gegen diesen Torsten mit Vorhandball. Und wenn der Ball nicht hoch genug kommt, oder wenn er hoch kommt, hat sie eine Chance. Aber Scharab-Oval hat so eine gute Rückkehr. Es war auch ein bisschen Käthe, das heißt, die Bälle sind nicht so hoch.